Musik Also das will ich jetzt nicht so sagen, was andere lernen können, was für uns immer wichtig ist, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben und auch sehr früh anfangen mit dem U15-Bereich bei uns, mit den Nationalmannschaften und dass es dann schon einen richtig roten Faden gibt bis hinauf zu den Frauen, dass die Arbeit sowohl von oben nach unten als natürlich auch von unten nach oben eine sehr enge ist, sodass die Spielerinnen, glaube ich, auch diesen Weg mit uns gehen, ohne sich allzu viel umstellen zu müssen. Ich finde das sehr wichtig, dass man halt ein gemeinsames Ziel hat, dass alle ihren Teil dazu beitragen, dass man natürlich auch eine gemeinsame Philosophie vom Fußball hat. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir irgendwie auch nie aufhören zu arbeiten. Also wir haben immer das Gefühl, da geht noch mehr, das kann noch besser werden und nur so kann man letztendlich mithalten, weil man auch merkt, dass die anderen Nationen auch in gewissen Bereichen uns überlegen sind. Und da gucken wir immer noch, dass wir da dann wieder aufholen können. Musik Wir tauschen uns aus und die Chefin spricht dann darüber. Aber es ist schon so, dass wir jetzt auch vier Spielerinnen dabei hatten bei einer Frauenmaßnahme. Und dann liegt es letztendlich an den Spielerinnen. Ich glaube schon, dass einige Spielerinnen vielleicht mit in die Vorbereitung gehen und dann muss man halt gucken, ob sie sich durchsetzen. Wir haben ja einen sehr großen Umbruch gehabt bei uns in der Frauennationalmannschaft. Es gibt sehr viele junge Spielerinnen. Also die sind jetzt nicht gerade im Moment auf der Suche, aber ich glaube, es liegt an einigen Spielerinnen selber, sich da durchzusetzen. Und einige kamen ja auch von den Frauen wieder zurück für die U20-WM. Das sind natürlich immer Kandidatinnen, die wir da brauchen. Musik Also deutsche Mannschaften sind ja traditionell stark. Und wir haben uns qualifiziert mit den Frauen sehr souverän. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit mehr heutzutage. Und ich glaube einfach, dass es dann letztendlich von vielen Faktoren abhängt, wie erfolgreich, und das ist ja die Frage, diese Mannschaft bei der WM sein kann. Ich glaube, dass da wirklich noch auch ein bisschen Zeit ist und dass wir sicherlich viele gute Spielerinnen in Deutschland haben. Das haben andere Nationen aber auch. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch vielleicht ein bisschen von dem Glück abbekommen für die Frauen, was wir jetzt mit der U20 hatten. Und dass es einfach auch ein Erlebnis wird für die Frauenmannschaft. Musik Ja, ich werde die ersten zwei Wochen in Kanada dabei sein. In der Sichterfunktion oder wie die Frau Neid das dann braucht in dem Moment. Und dann ist die Vorrunde zu Ende. Dann werde ich auch nach Hause reisen. Aber ich werde schon vor Ort sein. Musik Ach, da gibt es ganz viele. Ich rede ja nicht so gerne darüber, weil die Frau Neid sich da viel besser auskennt. Aber ich glaube, die Mannschaften, die traditionell auch in den U-Bereichen stark sind, plus natürlich ein Gastgeber, der immer gefährlich ist. Aber ich glaube, da gibt es acht Nationen, die da um den Titel mitspielen. Dann kommt es letztendlich eben darauf an, welche Tagesform man hat und wie der Turnierverlauf ist. Musik 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 Musik